Neuer Tag, neues Glück und Willkommen zurück bei Let's Play Diablo 3 Genau und wir vertrödeln keine Zeit, wir springen gleich durchs Portal und müssen die Blockade der Kassler erreichen Alle hoppe de hoppe Die alten Kasslernacken Kassler mit Sauerkraut Genau, ich warte mal auf dich, da bist du ja schon Und sofort geht's hier natürlich weiter Ramazotti-Ratzeputz, weil ich heute noch nach Hause muss Du wolltest nach Hause? Ja, wenn ich neben dir sitze, muss ich das leider immer denken, dass ich schnell nach Hause muss Ja, hau doch ab, wer will dich schon? Ich mach jetzt ein Let's Play Together mit mir Ja, mach doch mal, mit deinem komischen zweiten Ich Denn mich gibt's ja gar nicht wirklich Ich bin eigentlich nur die mysteriöse Stimme im Hintergrund Dieser Vollidiot im Hintergrund soll mal die Schnauze halten Was? Hallo, ich bin es der Kronk Und heute spielen wir Diablo 3 Wär eigentlich lustig mal ein ganzes, ne wär gar nicht lustig Wir haben das ja mal gemacht in der Folge von Red Dead Redemption Wo wir die ganze Zeit als Mexikaner gespielt haben Denn Red Dead Redemption spielen wir beide ja auch zusammen Das wissen ja die wenigsten hier So als echte Cowboys Als echte Kuhjungen halt Ja, ja Du alte Kuh Du dumme Kuhjunge Du Fröbel Du Frägel Ich guck grad, ich guck grad wo wir hin müssen Wir müssen hier oben nach rechts uns ganz mal vorarbeiten Was denn? Was hast du mit dem Baumstumpf da gemacht? Ja, der war mir am Weg, da hab ich keinen Bock drauf Die Scheiße Heilige Ach, Mensch Das war wieder Frogger Oder? Ich glaube ja Dann ist doch mal ein Äh ne, das bringt Eiszauber So, Vorsicht, dass du da nicht in die Dinger reinlatsch Ja, die sind auf der anderen Seite gelandet Deswegen bin ich direkt mal auf die andere Seite gelatscht Hier vorne So, was wollen die denn hier? Das ist wieder die Band Dunkelmond Pam Ach komm Und der nächste bitte zum Buffet Och, hier ist ja richtig Party angesagt, liebe Freunde da draußen Uiuiui, Vorsicht, Vorsicht, Vorsicht Ja, 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 ja Die platze Dinger Oh, der nächste Baum kommt da gerade Ach, ich frier mal ein, würde ich sagen Zack Na super, hat ja voll was gebracht Ach du Scheiße, Alter Diese Hochlandwandler sind nicht ohne Ja, die stinken immer so Ja, vor allem diese komischen Pflänzchen, die die da ausscheiden Genau, ich bin schon wieder reingelaufen, ich Idiot Ja, du bist auch ziemlich verletzt Ja, 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 ich bin sensibel Solto Zurück mit euch Ach du Scheiße, wir kriegen Gesellschaft Ich frier mal ein Ach du Kacke, Heilige Boah Heiliger Scheiße, ich muss weg Ich muss weg, ich muss weg Ich kann nicht weg, ich kann nicht weg Ich kann nicht weg Scheiße, Scheiße, Scheiße Heilsrangbereit halten, Alter Heilsrang, Heilsrang Heilsrang Boah Scheiße, ich bin eingesperrt Ach du Scheiße Scheiße, ich bin zu, ich bin fast tot Scheiße, ich bin fast tot Ah Lass mich rein Ich muss mal wieder frosten Ich muss mal wieder frosten Es ist Zeit für einen Heilsrang Boah Heilige Scheiße, Mann Kannst du frosten? Ich kann ein bisschen Jetzt wieder Bam Sehr gut Der ist gleich weg Und den letzten Romant auch noch Der kriegt den hier So, du Arsch Du hast wohl Jetzt gibt es auch eine Kimme Zwischen die Kimme So, was wollen die denn hier? Boah, ich glaube hier schalte ich nochmal auf das große Geschnetzel um Das ist ja auch so ein Skill, den ich habe Geschnetzeltes ist immer gut Oh, Vorsicht, da oben ist noch einer Oh, den hole ich mir, den hole ich mir Super Da hole ich mir mal den hier vorne Oh Oh Au Achtung, Achtung Immer mit der Ruhe, mein Freund Zack So, schön sehen die aus Die müssen doch runterfallen eigentlich, wenn sie eingefroren sind Boah Mein lieber Freund Hier ist Disco Das ist doch immer so laut hier in dieser Disco Mach den mal Ich gucke den Schamanen Ich muss tierisch aufpassen, dass ich da nicht wieder in die Suppe renne Ja, aber der ist eh gleich weg So, Junge Jetzt ein bisschen aufpassen Bis der Gestank sich verflüchtet hat Und wir wissen jetzt übrigens, warum der Gronkh so viel mehr Erfahrung bekommt als der Sarraza Das liegt nämlich daran, dass Was haben wir denn hier? Äh, plus sechs Erfahrung, plus acht Erfahrung Und dann haben wir hier nochmal, äh, plus fünf Erfahrung Und plus eins Ich sag ja, they cheated Ich bin nur optimal bekleidet, mein Freund Dafür hast du aber mal einen Deckel bekommen hier gerade Ja, ja, das bin ich ja gewohnt Moment, ich muss mir mal gerade hier die Skills umschalten, kurz Au Oh Zack, Spektalkringel Spektalkringel Heilige Scheiße Ach du fucking Shit, hier Zack, mal einfrieren Ich komme, mein Freund Vielen Dank, vielen Dank, vielen Dank Oh, Backe Alter, jetzt wird es aber deutlich nahrer hier Muss man hier rausdringen Ja, oh Scheiße Achtung, Achtung Achtung, Achtung Ich muss mich zurückziehen Ich muss mich zurückziehen Oh, ich hab dir eingefroren die Dreckssäcke Boah Unmöglich Alter Finne Ich kann gerade keinen Heiltrank Jetzt kann ich einen Heiltrank nehmen Drauf hier Oh Ich halte die Stellung hier, während du Kaffee trinkst Ja, Kaffee trinken Guck mal wie ich hier Kaffee trinke Oh, Vorsicht, 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 raus da Raus da Boah, lecker Kaffee Jetzt zieht's aber an Ich bin geheilt Also die Klamotten Nur das ist ein Tag vorbei So, warte, ich muss mir da unten noch ein paar Sachen holen Warte mal kurz Ich muss den noch mal ganz kurz abklabustern Da habe ich einen glücksbringenden Ring noch gefunden Oh, rüber damit Ja, warte, ich gucke mal ganz kurz Was haben wir denn da? Mein Schatz Plus 5% mehr Gold von Gegnern Brauchst du den? Ich hab... was habe ich denn für Ringe? Jeder Treffer fügt plus 1 Leben hinzu Und plus 5% Geschicklichkeit Na ja Plus 9% Geschicklichkeit Ich nehme mal die andere Rüste Oh, was? Hä? Ach, das ist der Unterrock Mach ich mir einen neuen Unterrock mal eben Auch ein neuer Unterrock? Ja, ja Der schadet nicht Du sollst öfter mal deine Unterhose wechseln Wollte ich dir immer schon mal sagen Warte, ich guck mal ganz kurz hier hinten noch Aber hier ist... Oh Sekunde Ich komme Da bin ich auch schon, liebe Freunde Oh Du brauchst ja kaum Hilfe hier Ist ja eh... Ja ja, ich wollte noch ein bisschen Erfahrung wieder cheaten, weißt du doch Heißer Popeißer Ich frage mich, was am Ende auf uns wartet Ob das noch härter wird Hier eine Truhe Ja, warte Hier unten ist wieder... Oh Scheiße Ach du Heilige Du rennst aber immer einfach so gnadenlos vor Der Baum Scheiße Alter, alter Boah Boah Die Meinen ist er Ich schrie sie hier voll rein Boah Und jetzt nochmal hier Zack, einfrieren Und das da, alles für euch nur Ah, der ist weg, Gott sei Dank Blutvergießen Boah, dass die Penner immer abhauen Dann wieder, dass man dann den Feinde pullt Moment Zack Der ist eh tot Scheiße, ich bin verlangsamt Oh, 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 oh Ich hole mal ganz kurz... Geh mal weg vom Baum Ich hole mal kurz das Seuchennest hier Vorsicht, 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 Alter Die platzen wieder, die Dinger Achtung, Achtung Da der Baum Ha, Mist, ich krieg den grad gar nicht Ich stand grad irgendwie... Ich krieg den, so So, da ist gleich der nächste Baum Boah, ich hasse die Dinger Und noch ein Baum Boah, Alter, was ist hier los? Scheiße Nehmt das Freeze Erstmal auf den Baum drauf, oder? So, schnell nochmal betäubt Achtung, Achtung, Achtung Ich bin geheilt Na Jotzer Dank Junge, Junge, Junge Ich brauch mal kurz ne Sekunde, um ins Inventar zu schauen Jawohl, mach mal Ich, äh... Warte mal so lange Ich guck auch mal ganz kurz Ich hab nur Pipapo Ich hab nen Stab mit 21 Schaden 2 bis... Plus 2 bis 4 Kälteschaden Und plus 8 Erfahrungen Den magst du bestimmt haben, ne? Boah Ja, und ich hab hier vielleicht auch was für dich Und zwar den eifrigen Versteinerten Stamm der Schlänge... Der Schlange Der Schlängel vor allem 17,7 Schaden Aber Giftschadenbonus Und erhöht die Angriffsgeschwindigkeit um 4 Ah, da hab ich nen besseren Auch mit Feuerschaden und auch 4% Behalt es mal Nee, aber der hat 17,7 sogar Ja, das ist eigentlich fast so groß Hier, guck mal Ein Stamm, wie...wie ist denn die Geschwindigkeit? Ah, der ist auf Zweihand Na dann verscherbel den einfach Okay, da ist dein Langstab Cool Huiiii, mein lieber Freund Das wird noch lustig hier, hab ich das Gefühl Aber ich level zum Glück gleich wieder hoch Komisch Komisch, der Bogen ist irgendwie wesentlich teurer Als dieser magische Stab Obwohl der deutlich mehr Schaden macht Das ist aber auch ne seltene Waffe Deswegen wahrscheinlich Ich nehm den einfach mal Okay So, sag Bescheid Ich bin wieder am Start Gut, dann lass mal hier ins Unbekannte flitzen Ach, dieser Zauberstab ist zweihändig Ach, deswegen macht er so viel Damage Oh Na dann kann ich natürlich mein Semi-professionelles Zeug nicht mehr mit rumschleppen Also die Zweitwaffe oder eben ein Schild oder ähnliches Oh, da war auch was schönes Ein durchtriebenes Zauberbuch Na so ein Zauberbuch aber auch So ein frivoles So ein Schlingel Kann ich leider nicht nehmen Weil das müsste ich in der Hand halten Ist natürlich die Frage Ah, okay Aber der Bogen ist natürlich auch Zweihand Ob ich nicht einfach hier das einhähnige Ding nehme Und dann hier das so Das kann ich dir leider nicht sagen Ja, lauf mal so rum, sieht cool aus Oh, übrigens ich geh mal hier ganz kurz zum seuchennest Ne komm, ich nehm mal den großen Stab hier Den probier ich mal aus Macht auf jeden Fall gut Damage Ja Ist nicht zu verachten Hier vorne liegt nur Gold eben kurz Na klar, von der Leiche ne? Oh 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 Alter, da komm ich mal nach vorne Zack Bam Erstmal eingefroren Und danach hier schön nochmal ne Druckwelle hinterher Nibas, der Abrechner. Alter. Boah, der will aber echt abrechnen hier. Ich bring die Rechnung nachher zu ihm nach Hause. Warte mal, ich hab grad gelevelt und kriege eine neue aktive Fertigkeitenkategorie. Die schau ich mir mal ganz kurz an. Eiserner Aufschlag. Taktik. Der Waffenwurf schleudert eine mächtige Axt, die ihrem Ziel Schaden zuwirken ist, verlangsamt. Da hab ich natürlich keine Wahl, das nehm ich natürlich. Und bei Verteidigung hab ich jetzt beim Sprung den eisernen Aufschlag. Erhöht für einen begrenzten Zeitraum nach der Landung euren Rüstungswert. Aber wir bleiben natürlich erstmal beim Aufstampfen, das ist hier vor allen Dingen sehr praktisch. Und ich müsste eigentlich auch mal die Revanche nutzen, aber ich seh die hier hinterm Mikrofon gar nicht am unteren Bildschirmrand. Das ist ein bisschen doof. Wollen wir in den Wachtturm? Ja. Wachtturm Ebene 1. Wir kommen. Oh, hier Gold. Toter Dorfbewohner. Und noch mehr Gold. Und noch ein Waffenständer. Aber das ist nur eine rissige Doppelachse, die hebe ich jetzt nicht mehr auf. Ich hab da ne magische Lederkürcher. Zieh der mal rein. Kürcher. Vielleicht kannst du das nutzen. Ne, das ist ja für Dämonenjäger. Boah, wir sind bestimmt solche Torfnasen. Wir verkaufen die geilsten Gegenstände, wenn wir die finden. Aber bisher schlagen wir uns verdammt gut, auch wenn wir voll die Noobs sind immer noch. Ich weiß jetzt nicht, ob es an uns liegt oder ob Diablo 3 einfach so leicht ist, dass sogar wieder es kapieren. Ne, wir sollten den Mund nicht zu voll nehmen, denn ich habe schon in den Kommentaren gelesen, dass es noch deutlich schwerer sein soll. Oh ja. Ach, guck mal hier hinten. Tour. Versteckt. Ich komme gleich. Ich räume mir grad mal ein paar Leichen aus. Ach, da unten bist du. Schwere Stiefel und ein Breitschwert für mich. Für dich leider nur Gold. Naja, wie auch immer. Das ist okay. Ich kann damit leben. Kultisten. Erstmal einfrieren die Guten. Das mit dem Einfrieren und du lächst dann drauf. Das ist eine gute Strategie, glaube ich. Wir müssen uns nur mal ein bisschen absprechen, dass wir erst betäuben, dann einfrieren oder umgekehrt. Ja. Ich stelle mich halt immer mitten rein irgendwie und probiere möglichst viele einzufrieren. Genau, ich versuche dann möglichst viele zu betäuben, um die dann kalt zu machen. Hier ist noch ein bisschen Gold. Warte, ist da was in der Ecke? Ach, hier ein loser Stein. Da ist auch noch ein bisschen Gold. Und ein kaputter Tisch. Wir sollten mal weitergehen, denn wir haben gerade erleuchtet und getötete Monster gewähren dann mehr Erfahrung. Na dann mal auf. Lass uns also ein bisschen beeilen gerade. Das lohnt sich. Dauert nämlich nur noch zwei Minuten. Okay, ich glaube, wir werden hier noch genug zu tun bekommen. Zack, das sind alle eingefroren. Oh, oh, oh. Apropos Erfahrung. Zartem Wohrenkocher. Schmort in seinem eigenen Saft. So, noch ein paar Regale mitnehmen hier. Hier hinten. Hier hinten. Ja, hier vorne auch. Ach, ich sehe, du hast schon wieder Spaß. Boah, wie die zersnatcht werden einfach so. Bam. Bam. Jetzt reicht's endgültig. Mein lieber Freund. Boah, wie wir hier durchrasen. Und nochmal. Bitte schön. Hier, für euch habe ich aber... Bitte recht freundlich für das Breitschwert. Und es geht direkt weiter. Komm, einfrieren hier. Batz. Legion. Herr der Verrückten. Herr der Perücken? Albtraumhaft ist der. Aber... Und betäubt. Ist er auch. Gegen uns. Hat er keine Chance. Denn niemand... Niemand kann uns aufhalten. Spüre den Zorn meiner Magie. Die Zweimann-Armee auf dem Vormarsch. Massaker. Vom Feinsten. Ach, da ist doch noch einer. Gewesen. So, komm, jetzt sammeln wir erstmal auf. Ich kann nichts mehr aufheben. Hier hinten muss ich auch nochmal rum. Oh, ich muss auch dringend mal verkaufen. Hier hinten liegt auch noch alles mögliche. Werf mal Gegenstände weg. Wir nehmen viel zu viel Scheiße mit. Ja, ich muss jetzt eh in die Stadt. Hier ist auch noch eine Truhe. Ich bin mal ganz kurz in die Stadt. Ich bin gleich wieder da. Ich muss auch wieder in die Stadt. Ich such dann da hinten gleich rum. Das machen wir mal eben ganz fix. Das geht da locki schnocki. Wenn das da noch da ist. Natürlich ist das da. Dann nutze ich die Gelegenheit eben auch mal und verkaufe. Oh, eifriger, versteineter Stamm der Schlange. Ach, das ist der, den du mir gegeben hast. Stimmt, der ist der Zweihändig. Schade. Oh, da hatte ich gerade ein Schild mit 100. Das kaufe ich mal lieber wieder zurück. Wusstest du eigentlich, dass die Geschäfte für den guten Argos wieder besser laufen, seit der Skelettkönig tot ist? Wow, das habe ich ja noch nie gehört. Und wer war nur dafür verantwortlich? Ich glaube, das warst du, mein Freund. Nee. Ich habe nur so getan. Ach so, ach, du warst ja Faker wieder. Ja. Ich habe wieder ein Video gedreht, aber in Wirklichkeit spiele ich gar nicht. Denn wir lassen hier spielen von Pro-Gamern. Der Martin und der Ingo, die sitzen da vorne an der Tastatur. Hallo, ich bin der Ingo. Hi, ich bin der Martin. Ich weiß nicht, wie man das benutzt. Ach, jetzt habe ich schon wieder vor lauter Jux und Dollerei hier das abenteuerliche Breitschwert der Flamme verkauft. Na, du machst ja Spaß. Ich habe gerade fast aus Versehen das falsche Item geschrottet. Items muss ich auch mal wieder schrotten. So, sieben habe ich jetzt. Die Ringe kann ich... Angriffsgeschwindigkeit um sieben Prozent erhöht. Den behalte ich natürlich erst mal. Hier, komm, ich schenke dir einen Ring mit vier Prozent Angriffsgeschwindigkeit. Ja, damit. Weil ich jetzt sieben habe. Ach, jetzt habe ich, glaube ich, aus Versehen einen Gegenstand zerstört, den ich besser hätte anziehen sollen. Ja, aber da liegt noch der Eiferring, genau neben dir, ne? Den kannst du dann einfach mal anknüpfen. Naja, immerhin etwas. Mein Gott, da muss man auch aufpassen. Da ist man ganz schnell ein bisschen verpeilt. Ja, das geht ratz... Ach, jetzt habe ich ein Schild schon wieder verkauft. Genau, das meinte ich. Mann, 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 Mann. So, dann haue ich noch mal ganz kurz den Krempel in eine Kiste. Was habe ich jetzt in die Kiste gehauen? Plus fünf Prozent mehr Gold von Gegnern. Okay, dann nehme ich den Schild mit. Den tausche ich einfach mal gegen den anderen. Verkaufe jetzt noch den blöden Schild. Und ich würde sagen, dann treffen wir uns hier vom Türchen gleich, ne? Ich warte hier mal vor dem Portal auf dich. Da bin ich doch auch schon, liebe Freunde. Und für heute beenden wir diese Folge von... Let's Play Diablo 3! Auch Detroit genannt. Wir gehen da jetzt aus. Und dann bist du da. Vielen Dank.